Jetzt hat es auch kurzzeitig Schaden genommen. Hat sich an deinem Schaden angepasst? Überraschest du ihn mit etwas anderem? Ja. Nötigt Void-Schlüssel. Wo ist der? Oh, der eine hatte den anscheinend aufgesammelt. Jetzt geht's durch. Oh, nicht du einfach das Gefühl hast. Es macht meinen Stamm. Mal sehen, wo du landest. Findest du einen Weg. Vielleicht ist hier etwas Besonderes drin. In dieser Art von Void. Wieso habe ich eigentlich schon eine Waffe gewechselt? Meine Simulor wollte ich doch ausgerüstet lassen. Schöner Prophet. Die Moon existiert. Es war in der Void allgemein. Ich wusste, der Lotus war körperlicher, aber das? Sie hat die Geschichte eröffnet. Wir haben gedacht, es wurde all diese Zeit verletzt. Mein, mein, Lotus. Du hast einen schönen Willen gemacht. Und das Reservoir mit ihm. Sehr kläub, Natal. Schöner, Schöner, dein Weg ist klar. Die Tür hat uns gefunden. Der Reservoir, in der Leid. Ein Ort, die Sentienste nicht mehr erreichen können. Wir müssen alles tun, um es zu halten. Es ist die einzige Weg, um den Tenno zu halten. Es ist die einzige Weg, um den Tenno zu halten. Und das, was ich gefunden habe, hat nicht Sinn gemacht. Oh, ich bin tot. Die Klap-Trap-Orders können sie aufrufen. Oh, ist das zu kompliziert für dich? Atenno muss sie aufrufen, um sie aufrufen, um sie aufrufen. Jetzt sind alle tot, oder was? LOL. Wenn man pro Mission vier Wiederbelebungen hat und die sich refreshen. Nicht mehr bloß pro Tag vier Wiederbelebungen. Mein Gott, was sind wir hier für Noobs? Jeder ist verreckt. Wiederbelebungen kosten 2061 Erfahrung. Ja, warum nicht? So. Scheiß doch drauf. 2061 Erfahrung. 20.000 haben wir bisher verdient. Wo ist es jetzt? Achso, hier. Das ist es, Tenno. Shut down this power grid, so that your mouthpiece orders can lock on to your location in the void. Keep talking, Orican called Alad V. Your silence soon comes. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück Oh Oh, nicht trödel hier rum Halt, ich muss da hoch Ei, ei, ei Wir müssen jetzt hier die Generatoren abschalten Ei, ach Wie kriegen wir denn die abgeschalten Och Mensch, renn doch nicht in den Strahl rein, Jungen Ich bin doch schon reingerannt Was, muss der auch noch reinrennen? Klasse Wer kommt jetzt? Ach, jetzt sind wir alle verreckt hier Schon wieder? Irgendwie können wir die Dinger abschalten Wie funktioniert das? Gibt's hier irgendwie Was zum drücken oder so? Ah Ah Ah, das Ding können wir zerstören So, verstehe Okay The sky will be as it was meant The shadow returns the moon The reservoir swells with 10.0 blood The old war finally ends Jetzt können wir endlich extracten hier Ist das scheiße Wo geht's jetzt hier wirklich so lang? Achso, hier oben wahrscheinlich Ähm Da kommen wir nicht durch Hier geht's lang total nicht, oder? Nee Geht's denn jetzt lang? Hier unten? Aber hier geht's doch nicht lang Wir müssen doch hier oben Hä? Leute, das verstehe ich gerade wieder nicht Der will, dass wir da lang gehen Aber da sind die Elektrizitätsdinger Das ist doch ein Verarsche, oder? Das kann doch ein Verarsche sein Geh zur Mission Ja, und wie komme ich da hin? Wenn ich da hin kommen würde Würde ich da hin gehen Aber das hier sieht Äh Nicht gerade sehr So Hier einfach durch Ja, funktioniert Einfach mal ein bisschen Mut riskieren muss man Und dann funktioniert das auch So Zwei von drei Sind im Ziel Eieiei Und ich dachte, hä? Da geht's ja nicht durch Da geht's ja nicht durch Einfach drüber springen Und gut ist Eieiei Das hätte ich jetzt nicht gedacht Aber okay Ich dachte, da geht's nicht lang Das ist wie so eine Sperre Aber okay Lernt halt nie aus So, was gab's hier? Featuren, Proben, Nanosporen Sonst nichts Besonderes So, wie geht's weiter Und dann geht's In der Moon Somehow Ordis Actually Remembers The last Time I was Here Concern For the Operator Is at Critical Levels The suspense Is killing Me Lotus You have to Tell us Your secret Hey Don't cut Me off Within the Moon Lies the Reservoir The secret To your Tenno Power But the secret Is dangerous It drove the stalker To madness Forgive my deception I was only trying To protect you From the same fate Now It is time To protect ourselves By ensuring The moon remains Within the safety Of the void Okay Und die wollten sich halt Alle erst mal das angucken Warum ist denn der eine Schon gegangen? Durfte wahrscheinlich Nicht mehr länger spielen, oder? Vielleicht ist auch keine Zeit, wer weiß, wer weiß Auf jeden Fall Wenn ich das richtig Verstanden habe Müssen wir jetzt Auf dem Mond sein Und den Mond verteidigen Neues Gebiet also Nicht so viel Leggen, please Das ist ja geil Das ist ja geil Gehen den Stalker stoppen Das dürften wir doch Das dürften wir doch Hinkriegen Ah, der Der Void Mond sieht auf jeden Fall Geil aus Der Void Das ist der Magik-Trick-Lotus Aber Tenno Du musst dich selbst fragen Wo ist das Herz Wenn nicht in meinem Hände Es ist Zeit. Der Stalker wird durch das Wachst des Void. Der Skye wird so, wie es sein sollte. Void-Kollaps. Oh nein. Es wäre so ein Schade, den Mond zu verlieren. So schnell, nach dem ich ihn gefunden habe. Natürlich, du kannst ihn nur zurück in den richtigen Platz, nicht wahr, Lotus? Wie kommt man jetzt da hoch? Wie komme ich da hoch? Ich bin auswesend hier runtergefallen. Ach, hier geht es wahrscheinlich hoch. Ah, da oben lang. Geile Halle auf jeden Fall. Woid-Kompresse. Um den Mond neu auszurichten. Wo ist denn der Gegner jetzt? Da oben? Nata. Nata. Du vertraust dieses Organ-Blood? Woid-Kompresse. Du würdest schißen. Du würdest schißen. Du würdest schißen. Du würdest schißen. Einige Kompresse braucht unsere Schild-Energie. Ah. Es erinnert mich an das Ding mit der Entführung, die man auch machen kann. Auch mit der Schild-Energie. Und das hier saugt auch Schild-Energie. Versteh, versteh, versteh. Disrupt Void Kompasses Geh zum Pendel, schnell Was für ein Deal, naja, irgendein Deal haben sie ausgemacht, dass er Elit wie hilft Wo sind die Pendel? Ach da, die Dinger müssen wir zerstören, oder was? So, wiederbeleben, und jetzt? Stehe ich nicht? Ach, da muss sich jeder draufstellen, wegen des Schild, Energie Einer auf jedes drauf, oder was? Das Sicherheitssystem müssen wir austricksen Die Dinger sind zerstört Das ist das Ding, was wir austricksen müssen So Hier Hier, das musst du noch zerstören Jawohl, jetzt Komm schon Das ist es, die Eye ist taking out the Pendula Keep it up Okay Boah, boah Boah Saut, dann saugt, dann saugt Ja, ich helfe schon einem Die Augen schießen auf die anderen drauf Das ist ein bisschen unvorteilhaft So, bin ich der Einzige, der hier nicht verreckt ist, oder wie? So, komm hierher Auge Zack Jawohl Jawohl Jawohl, she's isn't down She's is down Jawohl Ja, she's is kaputt Das bekommt schon Risse Oder? Sieht das bloß so aus Ja So funktioniert das also So So, komm schon Zieh auf mich, du Blödsauge Hallo Hallo Nein, hier oben Da oben hin Wie macht der das? Jawohl Bei dem zieht das Ding genau dahin Wow Verdammt, jetzt kommt's Auge wieder Mein Gott Jawohl Der Mond fällt aus dem Void Der Mond fällt aus dem Void, Leute Wir müssen jetzt aber zusehen, dass wir rauskommen hier Was? Geht's in den zwei, da? Ach, hier drauf, oder was? Nein, Paulus, keine Destruktion Wir können sie heilen Vielleicht sind sie, um uns zu retten Ach, cool Wie kannst du diese Devils, Margois? Nichts, was sie dir getan haben Geht's nicht lang? Liebe sieht nicht mit den Augen, aber mit dem Gehirn Sie werden niemanden verhören Oh, da ist die Erde Wie ist meine Wilted-Line? Ich kann mich...